Strauss. Ja, zum Glück. So, 20 Tops für Ray Wagner. Und der sitzt dann auch gleich. Ja, souverän gemacht. Im Hintergrund zieht sich Cello warm an, scheinbar. Ist das kalt hier? Das tut natürlich schon weh. Single 11, die willst du da nicht mitnehmen. Der steckt ziemlich gut. Ja, das ist ein perfekter Marker. Ja, der steckt perfekt genutzt. Und Ray kann das dann auch nutzen. Das kann man immer so schön sagen, ein perfekter Marker, aber muss ihn auch noch anspielen können. Auf die Doppel war sie bisher immer sehr stark. Hat, glaube ich, gefühlt immer noch eine hundertprozentige Quote, wenn sie das Doppel hatte. Ja, und auch jetzt wieder. Brutal. Also, das ist wirklich stark auch schon gegen Daniel. Eigentlich immer, wenn das Doppel da stand, hat sie es dann auch ausgecheckt. Für Ray Wagner auf der Doppel 7. Ja, geht direkt drauf. Doppel 7. Ah, trifft er dann auch. Die trifft er dann auch. Und somit 3 zu 1 Erfolg für den deutschen Ray Wagner über Sarah Miljkowski. Ja, da wollten wir gerade noch mit lauschen, aber ich konnte es auch nicht hören. Ich konnte da nichts hören. Man hört aber ziemlich gut von wo. Ist das vom Board? Nein, das... Ja, müh senkt er das, was am Boden liegt oder am Board, ja. Eins vor beiden. Ja. 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 Ja.